Dies ist der Podcast Zukunftssichere Strategien für Ihren Einkauf. Mein Name ist Tanja Damman-Götzsch. Ich gehöre seit über 15 Jahren zu den führenden Beratern im Bereich Einkauf. Krisen, steigende Rohstoffpreise, einbrechende Wechselkurse, insolvente Lieferanten. Der Einkauf muss schnell reagieren. Im März 2020 war ich Mitglied bei einer Taskforce, bei einem Automobilzulieferer, der immer mehr mit dem Thema beschäftigt war, was mache ich mit den insolventen Lieferanten. Das war März 2020. Wenn ich mir überlege, was wir mittlerweile für Krisen im Einkauf zu bewältigen haben, neben der Pandemie, dann hatten wir das Thema mit den eingebrochenen Lieferketten, zum Beispiel Suezkanal, Flut. Gestern habe ich einen Artikel gelesen, dass in China momentan die Produktion erneut eingestellt werden muss, weil wir dort eine Stromknappheit haben. Also es ist wirklich ein Krisenmanagement erforderlich im Einkauf und ja, der Einkauf muss schnell und vorausschauend reagieren. Was ich an der Stelle gerne sagen möchte, ist, wir brauchen Einkäufer mit Gespür und insbesondere Einkäufer mit Gespür im Krisenmanagement. Nochmal zu dem Projektteam, was den Fokus hatte auf den kritischen Lieferant. Und es war, wie gesagt, hier das Beispiel eines oder mehrerer Lieferanten, die vor einer Insolvenz standen, bei einem Automobilzulieferer, der international unterwegs ist. Und die Aufgabe des Projektteams war es, sich eben die Lieferkette anzuschauen und den Fokus zu nehmen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns erstmal die Top 15 Lieferanten angeschaut und haben uns die nochmal genauer in Fokus genommen. Und es ging sogar an der einen oder anderen Stelle so weit, dass der Zulieferer eine finanzielle Unterstützung angeboten bekommen hat, weil es da eben galt, aus Liquiditätsengpässen herauszukommen. Und hilflos zuzuschauen an der Stelle, wie ein Lieferant da absolut in die Krise reinkommt, das war natürlich überhaupt keine Möglichkeit. Sicherlich spielt da auch mit eine Rolle, dass wenn wir im Automotive-Bereich unterwegs sind, dass sich natürlich keiner es leisten kann, einen Produktionsstillstand bei einem OEM zu verursachen. Also Automobilzulieferer, der an einen Automobilhersteller liefert, wie zum Beispiel BMW, Audi, Daimler, wie sie alle heißen. Wir haben ganz schnell gemerkt in diesem Projektteam, dass es wichtig war, Nähe zu den Lieferanten zu schaffen. Also da mit den Lieferanten in den Dialog treten, Dinge offen ansprechen, auch die Möglichkeit, dem Lieferanten zu geben, über die Sorgen und Probleme offen zu sprechen. Und ich muss sagen, das habe ich selten erlebt in der Automobilindustrie, dass so offen über die Sorgen und Probleme gesprochen wurde und wird wie momentan in der Krisensituation. Sicherlich mussten wir hier in diesem Projekt bei den kritischen Lieferanten eine Einschätzung machen, eine realistische Einschätzung machen, droht eine Überschuldung, könnte er wirklich in die Insolvenz gehen und da einfach auch so die notwendigen Indikatoren rausziehen, um immer wieder im Fokus zu haben, wo steht denn der Lieferant jetzt. Also wir haben da eine Indikatoren-Checkliste gemacht, um das immer wieder abfragen zu können in regelmäßigen Abständen. Ein ganz wichtiges Learning, eine ganz wichtige Feststellung ist, wie wichtig die akribische Kenntnis der wahren Gruppe ist. Und es ist fast nicht zu glauben, aber wir hatten da auch einen Fall, wo wir eine technische Spezifikation hatten innerhalb einer Warengruppe, eines Zeichnungsteiles. Das Produkt wird schon seit 30 Jahren gekauft. Aber derjenige, der es ursprünglich mal designt hat, der war schon jahrelang auch in Rente. Und es gab zwar irgendwelche Informationen, welche Spezifikationen dieses Teil haben soll, dieses Zeichnungsteil haben soll, aber so richtig wusste es am Ende keiner. Und solche Wissenslücken, und klar, das zieht natürlich darauf ab, dass ich mir in dem Fall auch eine zweite Lieferquelle aufbauen muss in der Situation, wenn der Lieferant als kritisch eingestuft wird. Also Spezifikationen, technische Angaben spätestens jetzt, spätestens jetzt überprüfen. Das kann natürlich nicht nur der Einkauf alleine machen, sondern selbstverständlich war auch in diesem Projektteam jemand aus dem Produktionsbereich, aus Operations. Es war jemand aus dem Qualitätsbereich und auch zeitweise jemand aus dem Controlling immer wieder bei den Teammeetings mit dabei. Und das geht dann auch tatsächlich nur gemeinsam, dass man da an einem Strang zieht. Und hier nochmal der Hinweis, weil das hat uns wirklich Zeit gekostet, immer die Spezifikationen im Blick haben. Ja, wir haben auch gemerkt, dass wir in der Automobilindustrie dadurch, dass wir, also ich kann mich noch erinnern, als ich 2004 für General Motors tätig war, dass wir auch die Aufgabe hatten, unsere Bieterliste immer wieder zu reduzieren. Und wenn ich mir überlege, wir haben damals für Metallformteile, gab es 20 Lieferanten weltweit, die lieferfähig gewesen wären. Und diese Liste ist ja immer wieder reduziert worden. Warum hat man das gemacht? Weil man Einsparungen im Handling mit den vielen Lieferanten haben wollte in Ausschreibungen. Hier aber ganz klar auch meine Empfehlung, wenn Sie sich die Spezifikationen angeschaut haben, schauen Sie sich Ihre A-Produkte an. Also die Produkte, die wirklich zum Showkiller werden können, wenn die Produktion nicht mehr läuft bei Ihrem Lieferant. Und das ist auch umsetzbar in andere Branchen. Das gilt ja nicht nur für die Automobilindustrie. Sie brauchen drei Top-Lieferanten. Sie müssen immer drei Top-Lieferanten haben. Die Priorisierung ist natürlich bei drohenden Lieferengpästen nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich spreche da ja immer ganz gerne von den Big Five im Einkauf. Also was ich sagen möchte, ist trotz Krise immer die Big Five im Einkauf im Auge haben. Das ist der Preis, der Service, die Technologie, die Qualität und die Nachhaltigkeit. Und in der Technologie steckt natürlich auch Innovation. Das heißt, trotz Krisenmanagement immer noch das Gespür haben, zusammen mit dem cross-funktionalen Team ein Lieferengpässen entgegenzuwirken und immer noch alle anderen Punkte im Auge zu haben. Es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, es kann ein Worst-Case-Szenario geben. Es kann sein, dass von diesen Top 15 Lieferanten der ein oder andere in die Insolvenz gegangen ist. Es hilft nur, vorausschauen zu agieren. Sobald die Gläubiger mit an Bord sind, wird es natürlich extrem schwierig. Auch wenn wir im Ausland unterwegs sind, wird es schwierig, wenn eine Insolvenz dann tatsächlich eintritt. Was es noch zu beachten gilt, ist rechtzeitig. Also wenn man so diese Indikatoren spürt, dass da was schiefgehen kann, schauen Sie sich ganz klar an, wem gehören die Maschinen, wem gehören die Werkzeuge, damit das ganz klar geregelt ist. Hört sich immer alles so banal an. Aber auch da haben wir die Erfahrung sammeln müssen, dass es an Werkzeugbezeichnungsschildern, Inventarschildern gefehlt hat und dass man dann kaum die Möglichkeit hatte, die Maschinen bei einem Vorlieferanten rauszuholen. Und Sie merken schon, und das ist auch das, was ich eingangs sagte, in so einem Krisenmanagement, da brauchen wir echt auch so ein bisschen Gespür. Also ich glaube nicht, dass in so einem Fall die Holzhammer-Methode angebracht ist, sondern Einkäufer mit Gespür, die sich in die Situation hineinversetzen können, die Lösungen finden können, die auch ein Gespräch auf Augenhöhe mit Lieferanten führen können, die in die Krise kommen. Und ja, ich wünsche Ihnen nicht eine solche Erfahrung, aber wenn Sie die Erfahrung machen sollten mit kritischen Lieferanten, dann halten Sie durch, es gibt immer eine Lösung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihre Tanja Damman-Götzsch. Weitere Informationen unter damman-götzsch.consulting und dann